Sousalitos ist eine deutsche Restaurantkette, die Speisen und Getränke der kalifornisch-mexikanischen Küche anbietet. Das erste Restaurant eröffnete bereits 1994 in Ingolstadt, Gründer hier unter anderem Thomas Hirschberger, der 2010 auch Hans im Glück ins Leben rief. Mittlerweile gibt es 46 Standorte in ganz Deutschland. Die Sousalitos-Filialen bestehen in der Regel aus vier Bereichen, einer Bar, einem Bistro, einem Restaurant sowie einer Terrasse bzw. einem Biergarten. Die Speisekarte umfasst Gerichte wie Burritos, Fajitas oder Quesadillas, dazu verschiedene Burger und saisonale Gerichte. Bei den Getränken stehen Cocktails im Vordergrund. Bekannt ist Sousalitos auch für ihre verschiedenen Angebote, wie die tägliche Happy Hour von 17 bis 20 Uhr, den Food Monday mit 50% Nachlass auf eine große Auswahl an Produkten oder den Taco Tuesday oder Burger Sunday. Habt ihr einen solchen Laden in eurer Stadt?